Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Podcast Boom bei Spotify, einen hohen Munich-Re-Gewinn und starke späte Zahlen von der deutschen Börse. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie Elon Musk, die Tesla-Kritiker, zumindest vorerst besänftigt hat. Und in der Triple-E-D geht es um eine lukrative Börsenregel. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Mittwoch, der 24. April und wir wünschen euch einen zauberhaften Start in den Tag. Bezaubernd waren gestern die Kursbewegungen. Die meisten Einzelwerte lagen zum Tagesende deutlich im Plus und auch die Indizes schlossen durch die Bank weg mit grünen Vorzeichen. Der deutsche Aktienindex ging mit einem Plus von 1,6% aus dem Handel und schloss wieder deutlich oberhalb der 18.000-Punkte-Marke. Und beim US-Leitindex S&P 500 waren es immerhin plus 1,2% auf 5.071 und unser Champion, der Nasdaq 100, der verbesserte sich um 1,5% auf 17.471 Zähler. Apropos Champion, ein Rekordgewinn ließ die Aktie von Spotify gestern geradezu explodieren. Ein Plus von 14% stand da am Ende des Tages. Der Bruttogewinn überschritt im Auftaktquartal erstmals die Marke von einer Milliarde Euro. Ja, und die Bruttomarge stieg unter anderem dank höherer Gewinner im Podcast-Geschäft auf 27,6% von 25,2% im Vorjahr. Ja, wie gesagt, Treiber dieser Entwicklung, die Podcasts. Und Konzernchef Daniel Eck sagte deshalb auch, Zitat, Podcasts waren im vergangenen Jahr eine Belastung. Jetzt ist es eine weitere Gewinnquelle für uns. Ja, und beim Verbessern der Marge half natürlich auch, dass das Unternehmen zuletzt tausende Stellen abgebaut hat und Preiserhöhungen durchsetzen konnte. Denn trotz dieser hohen Preise verbuchte Spotify bei den monatlich aktiven Nutzern einen Zuwachs von 19%. Und die Zahl der Premium-Abonnenten, die den Großteil des Umsatzes ausmachen, erhöhte sich auch um 14%. Im DAX gehörte SAP die Nummer 1 ganz klar zu den Gewinnern. Die Aktie des Software-Riesen legte um 5,3% zu und wir hatten euch ja gestern bereits von dem starken Cloud-Geschäft von SAP berichtet. Auch ganz stark zeigte sich die Munich Re-Aktie nach den Quartalszahlen mit einem Plus von 4%. Der weltgrößte Rückversicherer wird nach überraschend viel Gewinn zum Jahresstart etwas optimistischer für das Gesamtjahr 2024. Im ersten Quartal verdiente der DAX-Konzern auch dank geringerer Großschäden nach vorläufigen Zahlen rund 2,1 Milliarden Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Das sind rund 600 Millionen mehr als von den Analysten im Schnitt erwartet. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Joachim Wenning zwar weiterhin einen Überschuss von 5 Milliarden Euro an, allerdings sei nun die Wahrscheinlichkeit gestiegen, die Marke zu übertreffen. Munich Re is echt so ein richtig deutscher Champion, der immer noch unterschätzt wird. Also starke Aktie seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Nach Börsenschluss wartete eine ebenfalls ziemlich starke Aktie mit einem überraschenden Gewinnkurs auf, nämlich die deutsche Börse. Höhere Zinseinnahmen und die Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten Simcorp haben dem Börsenbetreiber erneut Rückenwind verliehen. Der Reingewinn stiegs im Jahresauftakt um 5 Prozent auf knapp 500 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem eher unveränderten Ergebnis gerechnet. Der Umsatz, der ist im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 16 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro gestiegen. Dieses Plus lag dann im Rahmen der Markterwartung. Die Aktie stieg im Späthandel um etwa 2 Prozent. Ja und nicht zu vergessen, Quartalszahlen haben gestern auch an der Wall Street bei einer Reihe von Werten zu größeren Kursbewegungen geführt. Die GE-Aufspaltung, GE-Vernova und GE-Aerospace, die haben gestern 8 Prozent zugelegt und die auf Gesundheit spezialisierte Beteiligungsgesellschaft dann nachher immerhin 7 Prozent. Da kamen die Quartalszahlen gut an. Bei MSCI, also dem Indexbetreiber, da ging es allerdings bei den Ergebnissen nach unten. Und nach unten ging es auch am Kurs, der sackte nämlich um 13 Prozent ab. Und Visa, der Kreditkartenbetreiber, der lieferte gestern Nachbörslichzahlen und stieg dann um 2,9 Prozent, nachdem er schon im regulären Handel etwas zugelegt hatte. Aber die große Story, die war gestern natürlich Tesla. Auf die Zahlen gehen wir gleich ein im Thema des Tages. Aber vor dem Thema des Tages machst du lieber, Nando, noch die Termine des Tages, richtig? Richtig. Ziemlich spannend, heute IFO-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex für Deutschland. Nachdem es da ja jetzt in letzter Zeit so zarte Pflänzchen von konjunktureller Hoffnung gab. Wenn der Index gut ausfällt, Daniel, dann ist vielleicht wieder Wachstum in Sicht. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend. Das EU-Parlament stimmt über das Lieferkettengesetz ab. Und dann haben wir natürlich jede Menge Quartalszahlen von Boeing, Ford, Meda, Thermo, Fischer, IBM, AT&T. Wie in Europa, Heineken, Prada, Roche oder auch Air Liquide. Elon Musk hat es doch tatsächlich geschafft. Er hat die Talfahrt von Tesla zumindest vorerst gestoppt. Die Angst war ja groß, dass es bei der Verkündung der Quartalszahlen die nächste Enttäuschung gibt und sich der Absturz der Aktie fortsetzt. Nun muss man sagen, die Zahlen, die waren auch enttäuschend. Aber Musk hatte eine Nachricht parat, mindestens eine, die für große Erleichterung sorgte und für ein deutliches nachbörsliches Plus von mehr als 11 Prozent. Das war ein echtes Statement. Ja, und woran lag es? Er kommt nun nämlich doch, der Billig-Tesla. Das war die zentrale Botschaft dieser Nacht. Zitat Und weiter Ja, das bedeutet also, Tesla wird die Markteinführung des Model 2, so wird der günstige Tesla wahrscheinlich heißen, beschleunigen. Die Produktion soll jetzt zu Jahresanfang 2025 oder vielleicht sogar schon Ende 2024 beginnen. Die Hoffnungen auf den günstigen Tesla für die Massen sind auch deshalb so groß, weil zumindest ist das Plan der Tesla-Ingenieure besonders günstig hergestellt werden soll, nämlich dank der sogenannten Unboxed-Produktionslinie. Damit ist eine Art Baukastensystem gemeint, bei dem Modulgruppen zusammengesteckt werden, vergleichbar etwa mit einem Lego-Auto, jetzt mal ganz bildlich gesprochen. Dadurch würde viel Zeit gespart. Alle 45 Sekunden soll ein Auto vom Band rollen, so die Tesla-Vision. Der Konzern will die Produktionskosten so mittel- und langfristig halbieren. Ihr seht also, es geht um viel mehr als nur um ein neues Auto. Es geht um eine Art Revolution der Produktion. Nur wenn die gelingt, kann Tesla seine Sonderstellung an der Börse behaupten. Mit 500 Milliarden Dollar ist Tesla am Kapitalmarkt immer noch mehr wert als die deutschen Autohersteller zusammen. Auch, weil es Musk immer wieder geschafft hat, das Wesen der Firma neu zu interpretieren. Die Unboxed-Methode könnte wieder so ein Moment sein. Zuletzt hat es nach Medienberichten ja Zweifel gegeben, ob Tesla an seinem seit Jahren angekündigten billigeren Modell festhält. Musk hatte jüngst die Vorstellung eines Robotaxis für den 8. August in Aussicht gestellt. Dabei aber das günstigere Modell für menschliche Fahrer nicht erwähnt. Und die Aktie hatte ihre Talfahrt danach nochmal deutlich beschleunigt. Denn wie gesagt, wenn nicht bald die nächste Revolution ansteht, wird Tesla wie ein normaler Autobauer bewertet. Und das hätte einen brutalen Kurssturz zufolge. Die Zahlen selbst waren, wie gesagt, gar nicht mal so gut. Tesla hat im vergangenen Quartal den ersten Umsatzrückgang seit fast vier Jahren verbuchen müssen. Die Erlöse fielen im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 22,15 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Und auch beim Ergebnis pro Aktie lag Tesla unter den Markterwartungen. Unterm Strich fiel der Quartalsgewinn um 55 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar. Das alles hatte sich schon abgezeichnet, nachdem Tesla im ersten Quartal mit Auslieferungen von rund 387.000 Fahrzeugen die Erwartung verfehlt hatte. Es waren 8,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal und ein Einbruch von 20 Prozent im Vergleich zum letzten Vierteljahr 2023. Für das laufende Jahr gab Tesla jetzt keine konkrete Prognose für die Auslieferungen ab, rechnet aber mit einem spürbaren Rückgang im Vergleich zu 2023. Ihr seht also, viel wichtiger als die aktuelle Geschäftsentwicklung sind die großen Projekte, die bei Tesla anstehen bzw. anstehen sollen. Neben dem Model 2 ist das vor allem der besagte Durchbruch bei den Robotaxis, den Musk, wir haben es gerade erwähnt, für den 8. August dieses Jahres angekündigt hat. Das autonom fahrende Auto gilt ja als eine Art Königsdisziplin der künstlichen Intelligenz. Schon seit Jahren arbeitet Tesla daran und am besagten 8. August soll es dann die große Tesla-Präsentation dazu geben. Auch heute Nacht schwärmte Musk von den autonomen Fortschritten und sprach beispielsweise von 1,25 Milliarden Meilen, die die Teslas bereits im FSD-Modus zurückgelegt hätten, also im Full-Self-Driving-Modus. Viele Experten halten Musks Robotaxi-Pläne für viel zu ambitioniert, zumal andere Hersteller wie die deutschen Konzerne Mercedes und BMW bereits viel weiter seien, so die Experten. Dennoch bleibt Musk nichts anderes übrig als den Hype, um die KI-Fähigkeiten von Tesla zu befeuern. An der Börse wird KI mit Billionen bewertet, die Fantasie rund um intelligente Computer lockt Anleger an und hält sie bei der Stange. Und genau das ist Elon, gestern Nacht zumindest, gelungen. Börsenregel. Die werden ja oft verspottet. Greife nie in ein fallendes Messer, zum Ausstieg wird nicht geklingelt und so weiter und so weiter. Manche halten solche Sprüche für sowas wie Bauernregel. Diese Art von Sprüchen würde ich auch dazu zählen. Aber es gibt doch auch Börsenweisheiten, die lassen sich nicht so leicht vom Tisch wischen. Und sie zu kennen, das kann bares Geld wert sein. Die Rede ist von Saisonmustern. Und das vielleicht bekannteste Saisonmuster heißt Sell in May and go away. Auf Deutsch sinngemäß Verkaufe Mai und halt dich raus aus dem Markt. Und da der Mai vor der Tür steht, machen wir daraus eine AAA-Idee. Dass Aktienindizes im Sommer zu Schwäche neigen oder auf der Stelle treten, ist statistisch belegt. Schaut man sich den deutschen Aktienmarkt seit 1959 an, so weist die Mehrzahl der Monate eine positive Bilanz auf mit vier Ausnahmen. Tja, diese vier Ausnahmen, die liegen alle in der Sommerzeit oder jetzt im Frühjahr fängt es an. Der Mai, der brachte im Schnitt der vergangenen 65 Jahre ein leichtes Minus. Und im Juni, da war es ein Minus von 0,3 Prozent. Der Juli war dann wieder positiv, aber der August, der steht im Schnitt mit einem Minus von 0,4 Prozent da. Und der September sogar mit einem Minus von 1,8 Prozent. Das scheinen zwar bescheidene Abschläge zu sein, da Aktienkurse aber langfristig nach oben zeigen, deuten solche Durchschnitts-Minus auf empfindliche Rückschläge in den einzelnen Monaten hin. Ja, und selbst der wachsungswerte Index Nasdaq 100, der den deutschen Aktienindex in der Wertentwicklung deutlich hinter sich gelassen hat, der weist im September ein durchschnittliches Minus auf. In allen anderen Monaten konnte der Nasdaq 100 seit 1985, so lange existiert er, im Mittel ein Plus erzielen. Im vergangenen Jahr jedenfalls hat sich die Sell-in-May-Regel am deutschen Aktienmarkt voll bestätigt. Wer sich Ende April 2023 in Erwartung der Schwäche von seinen DAX-Papieren oder seinen DAX-Fondsanteilen trennte, hat nichts verpasst. Im Gegenteil, hoch ging es dann erst wieder ab Oktober. Ja, und dass die Kurse in den Sommermonaten immer wieder zur Schwäche neigen, das hat die Deutsche Börse AG schon vor Jahren erkannt und einen eigenen Index aufgelegt, der diesem Saison-Effekt Rechnung trägt. Der Index, der heißt DAX Plus Seasonal Strategy. Und während sich der DAX das ganze Jahr über bewegt, hält der DAX Plus Seasonal Strategy zwischen Ende Juli und Ende September gleichsam Sommerschlaf. Das heißt, die Kursveränderungen in diesem Zeitraum fließen nicht in den Indexstand mit ein und die Strategie hat sich ausgezahlt. Erstmals berechnet wurde der DAX Plus Seasonal Strategy im Sommer 2008 und seitdem hat der Saisonindex um 355 Prozent zugelegt, während der Vergleichsindex DAX mit den gleichen Aktien ein Plus von nur 177 Prozent geschafft hat. Auch in jüngerer Zeit schnitt der Saisonindex meist besser ab als das Standardbarometer. Ja, so ist es. So kann der DAX Plus Seasonal Strategy in den zurückliegenden drei Jahren ein Plus von 43 Prozent vorweisen, während es beim DAX nur 16 Prozent waren. Und der Saisonindex, der war damit sogar besser als der US-Index S&P 500, der es auf ein Plus von 40 Prozent brachte. Einen Indexfonds auf den Seasonal Strategy, den gibt es nicht. Aber Unicredit, die hat ein Anlagezertifikat auf den Strategieindex aufgelegt und die WKN von diesem Zertifikat, die stellen wir euch wie immer in die Shownotes. Die Wertentwicklung des Saisonindexes und damit auch des Zertifikats kann sich also sehen lassen. Wer investiert, sollte sich allerdings bewusst sein, dass der DAX Plus Seasonal Strategy zwar im August und September ruht, nicht jedoch im Mai, also Verluste aus dem fünften Monat des Jahres, würden zum Beispiel zu Buche schlagen. Ja und noch ein Hinweis, eine Garantie, dass der Saisoneffekt auch in Zukunft funktioniert, das gibt es natürlich nicht. An der Börse gibt es zwar so etwas wie Faustregeln, aber das sind keine Naturgesetze, die immer gelten. Insbesondere beim Vorsorgesparen geht es ja ohnehin darum, kontinuierlich anzusparen und langfristig Vermögen aufzubauen. Wenn ihr Langfristanleger seid, solltet ihr eure Allokation, also die Auswahl eurer Investments, gar nicht vom kurzfristigen Auf und Ab der Börsen abhängig machen, auch nicht von immer wieder bestätigten Börsenregeln. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an 888-welt.de, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Benjamin lobt unseren Podcast und ruft uns auf, bitte bis 67 Jahre und länger arbeiten. Also in meinem Fall, da sind die 67 ja nicht mehr so weit weg, aber Laurin müsste dann nach meinen Berechnungen noch bis mindestens 2060 Podcasts machen. Ja, und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber Benjamin hat auch eine ernst gemeinte Frage und zwar, lohnt sich ein 70-30-Portfolio aus 70% MSCI World und 30% Emerging Markets? Sollte man überhaupt einen ETF auf Emerging Markets haben? Sehr kluge Frage, ja, die eigentlich eine ausführliche Antwort verlangt. Aber kurz gesagt, könnte man machen, muss man sich aber bewusst sein, dass man einen ziemlichen China-Brocken im Depot hat. Der X-Trackers MSCI Emerging Markets, der besteht zum Beispiel aus 23% China und nochmal 17% Taiwan. Man würde also das Industrieländerrisiko ökonomisch minimieren, hätte dafür aber ein geopolitisches Extremrisiko mit dabei. Ich selber bin zwar immer für Risikostreuung, aber ob sich das in dem Fall bis zur Rente auszahlt, ich weiß nicht. Um Risiko und Rente geht es diese Woche auch in unserem Schwester-Podcast Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Unser Kollege der Immobilienpapst himself, Michael Fabrizis und die großartige Celine Lauer erklären diesmal ganz ausführlich, wie man seine Immobilie nutzen kann, um seine Rendite im Alter aufzubessern. Und dabei stellen sie die wichtigsten Modelle vor, Teilkauf, Sale-and-Lease-Bag, Verrentung etc. Sie sagen auch, für wen sich welches Wundmodell lohnt und der Link zu Zwei-Zimmer-Küche-Bad, den stellen wir euch in die Shownotes und das alles wollt und dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns morgen hier wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.